Hey, meine Damen und Herren, in der heutigen Episode können wir in einem geheimen Spitzhacken-Shop uns die besondersten Spitzhacken der Welt kaufen. Von einer Enderdrachenspitzhacke bis hin zu einer Herobrine-Spitzhacke. Flankt auf jeden Fall den Like-Button und viel Spaß. Yo, Elina, was geht? Siehst du, was ich da an der Hand habe? Ein Portal. Das Portal zu dem geheimen Spitzhacken-Shop. Ich wäre immer so frei, das Portal hier zu platzieren. Und dann gehen wir einmal durch und dann... Oh, der sieht geil aus. Siehst du, wo ich es platziert habe? Findest du es? Findest du es? Die Big-Spitzhacke! Oh, ich will gar nicht... Oh, da hinten sind so crankete Teile, Alter. Ich sehe das schon. Okay, wir brauchen 20 Blöcke für die ersten. Muss gar nicht reinkommen, Elina. Die haben wir nämlich nicht. Ah, ja. Ich glaube, man muss aber... Also, wenn ich Blöcke einfach so abbaue, zählt das, glaube ich, nicht. Wir müssen Blöcke mit einer Spitzhacke schon abbauen. Ja, ja, ja. Wir bringen eine Spitzhockey, eine ganz Spitz-Speed-Hockey. Sie klaro. Ich habe Holz, Leute. Das heißt, wir machen jetzt den Ultra-Speedy-Gonzalez-Craft da. Machen uns erst mal nur eine Holz-Spitzhacke. Ich meine, das reicht auch für den Anfang. Und jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen mit... Boom, eins. Machen wir... Ich habe auch eins. Aber wir haben unterschiedliche Punkte, aber... Gras funktioniert aber auch. Jo, das ist ein Booster! Wir haben jetzt schon genug für die erste Spitzhacke. Gras war ein übelster Gamechanger. Holy Moly, Alter. Da kommt ein Huhn raus. Ah, verkackt. So. Gut, wir müssen ja gar nicht groß Craft-A-Raften. Ich mache mal den Fuffi voll. Aber ich mache das hier... Also, ein bisschen echt mache ich auch. Ich mache nicht... Okay, Elina macht nur Cheat. Das ist krank, wirklich. Hä, nee. Ich habe schon zwei Steine. Ich habe genau gehört, wie du da siehst. Ich habe schon zwei Steine, hallo? Ja, wozu Steine? Na, für die anderen Werkzeuge. Gar nicht so doof. Neue Spitzhacke, man. Okay. Abdeusportal, Elina. Für ganz günstige 20 Blocks können wir uns die Big-Spitzhacke kaufen. Yeah. Oh nein, ich habe sie mir ausversichtlich zweimal gesagt. Nein, Elina ist broke. Aber die Spitzhacke. Jo, das ist aber OP, ey. Jo. Okay, zack, wir gehen durch. So. Was hat die denn für eine Fähigkeit, Leute? Äh, die hat, glaube ich... Kann ja gar nichts, Elina. Das ist einfach bloß eine bessere normale Spitzhacke, kann das sein? Was? Ehrlich? Ja, also, die sieht aber übercrank aus. Wollen wir das testen? Ja, nee, okay, sie kann doch was. Ja, ja, okay, sie kann doch was. Sie hat so ein bisschen Block-Mining. Du hast dich ja hier schon übel... Ah, nee, das ist eine Höhle. Oh, das ist aber eine geile Höhle. Da kommen wir noch nicht rein. Der kann es halt Punkte machen, wie du dumm bist, ne? Aber Erze baut sie nicht, hab ich seh schon. Weil vielleicht können wir ja uns irgendwie damit einen Weg in diese Höhle unten hier hineingraben. Das wäre natürlich... Ah, nee, wir brauchen definitiv einen Eimer. Ich hab Eisen, kein Problem. Drei Stück? Ja. Oh, das ist geil, weil ich hab mehr als genug Stein. Wir können hier wirklich den Quadruple-Breater machen, ey. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das schmeißen wir alles weg. Bergbank, wir machen für Elina einen Okto-Breater. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Easy. Ein Apfel. Passt. Äh, hast du mal Brett oder so? Oh, nee. Die hat auch brutal Damage, ist das mal aufgefahren? Ich hab mal ne Frage, hast du mal Treibstoff oder so? Ähm, ich hab Holz. Gib sie mir mal einen Moment. Warst du das jetzt reingepackte Welche hier? Überall. Überall ein? Ja. Das ist wild. Okay, sobald wir drei haben, können wir einen Eimer machen, können wir runter in die Höhle. Dann haben wir eh Dick-Eisen. Jetzt schnappen wir uns ein bisschen Wasser. Und jetzt können wir aber eigentlich nochmal in den Shop gehen, weil ich denke, wir können ein Upgrade machen. Wir können uns die nächste Spitzhacke kaufen. Ich aktiviere mal den Shop. Ja, Wolski. Die nächste Spitzhacke wäre die TNT-Spitzhacke. Oh, die kann fett sein. Oh, die kann crazy sein. Okay, wir tun mal die andere hier nach oben. Wie viel kostet die nächste? 500, das ist schon dumm teuer. Ja, ey. Oh, guck dir mal die hier an. 2.000. Oh, die auch da hinten. Okay, okay, okay. Boah, das sieht so cool aus. Das ist crazy. Okay, let's go again zurück. So, wir probieren mal die TNT-Spitzhacke. Ja, okay, 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 okay. Macht ziemlich genau das, was man sich vorstellt. Robbt aber trotzdem die Blöcke. Also ist schon nicht so ungeil. Aber man kassiert dann halt dauernd irgendwie auch einen Hit. So, warte mal. Wo war denn das Loch in diese Höhle hier unten? Hier, hier, hier. Hier bei meinem. Du musst rechts reingegangen. Du musst links gehen. Oh, was geht? Moin, Elina. Jetzt haben wir ja Wasser hier. Ich habe komplett umsonst gefarmt. Oh. Kann ich damit auch Mobs schlagen? Oh Gott, hier ist Rambazamba, Elina, Alter. Und ich habe keinerlei Rüstung. Ich bin mal runtergekommen. Ja, du hast bis gestorben, bis ich gesehen habe. Okay, wir waren erst mal einen taktischen Wegsprinter. Vielleicht können wir uns ja hier mit ein bisschen Fast-Bridge-Action mal kurz rüber. Da hat ein Skelett auf mich geschossen. Ich habe dieses gesehen, so ein Asozialer. Hier, okay, das kann jetzt auch R zu farmen, das Big. Hm, da oben haben wir noch mehr. Zack. Ey. Ja, aber er sprengt schon auch ein bisschen weg irgendwie. Ich bin an der selben Stelle gerade irgendwie gestorben. Das ist eine starke Leistung, Elina. Dafür haben wir dich hier zur Verstärkung geholt. Hä? Ähm. Was denn? Ich habe durch dieses TNT habe ich über X-Ray, Alter. Was ist das? Das ist krank. Ja, es droppt halt irgendwie schon nur die Hälfte, ne? Also es wird schon gut weggesprengt auch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, aber unsere Leiste geht ja schon trotzdem krass nach oben. Ja, klar, für den Boost ist es crazy. Aber für die Ärzte so abbauen einfach, dann nehme ich dann doch lieber die Big-Pick-Ax, sage ich. Alter, Elina rastet so aus. Wie viele Punkte hast du? 600. Boah, das ist krass. Wie viele etwa das nächste? 500, ne? Ja, ja, 500, dann können wir uns das nächste kaufen, du. Wie, hat das mehr Damage? Nee, weniger. Okay, das heißt, wir bleiben bei der hier. Stark, Elina. Das hast du stark gemacht. Danke, Mann. Ich brauche mehr Punkte. Nimm das, Zombie. Und das. Boah, gar nicht so unstark. Da ist noch Eisen. Ein bisschen Rüstung sollte man trotzdem haben, ne? Spitzhacke hin oder her. Ich denke, wir können das nächste, ne? Ich habe 500, du ja eh schon längst. Ja, okay, let's go. Ich glaube, wenn wir durchs Portal gehen, wenn wir sehr viel Glück haben, landen wir wieder oben. Ich glaube aber nicht. Oh, hier ist ein Hame. Elina, schnell durchs Portal! Oh, 500 kostet das nächste, okay. Das ist ein Pig-Rang. Ein Boomerang als Spitzhacke. Das wird safe zu funktionieren. Das wird richtig viel abrasieren, Alter. Okay, wie viel kostet das nächste? 2K! Oha, guck mal, den hier! Jo! Okay, 2K. Das ist aber ein teures Vergnügen. Wir sind leider unten gelandet. und machst demnächst. Aber egal, hier können wir richtig viele Blöcke... Ich glaube, wir müssen eine praktische Stelle finden. Ich glaube, das ist eine Waffe, Elina. Nee. Nee, der kommt zurück. Ja, aber der baut ja keine Blöcke ab. Doch, 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 doch. Der baut sogar Erze mittlerweile ab. Ja, aber ich check's gar nicht. Du musst so auf Kopfhöhe werden. Ja, okay, doch, der funktioniert schon. Der baut zumindest auch Erze jetzt ab. Ja, okay, doch. Ja, okay, okay, okay. Ist doch nicht ohne, sag ich mal, ne? Kann man hier schön durchspeeden. Da vorne... Ah, hier ist Eisen. Aber so kann ich's... Ah, doch, so geht's auch. Okay, nice, that's nice. Nach anwendlichen Startschwierigkeiten bin ich doch Fan. Hier. Gehen wir mal das ganze Eisen. Ja, wir müssen uns jetzt echt erst mal so einen... so einen kleinen Bräder machen. Ja, also wir können ja hier einen 16er-Bräder fast hinmachen. Wir haben so viel Kohle, so viel Eisen, so viel Stein. Hey, da war irgendwas. War Wasser. Ja, war Wasser. Okay. Das hat, glaube ich, keinen Cooldown. Warte mal. Nee, doch, 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 schade. Ah, ich dachte, man kann so viele Spam, wie man will. Okay, mhm, wer ist denn zuerst dein Brot? Hast du Holz? Floro, Olle. Ja, ich mein, Oktobräder, so muss ja jetzt nicht sein. Man, zwei. Duobräder. Was? Oktobräder muss immer sein. Ja, kannst du haben. Nee, ist aber falsch gebaut und das sind doch zehn. Wir sind viel, nee. Aber ich hab ja noch Essen. Oh. Äh? Ah, jetzt. Boah, das ist Big Kohle. Jo. Jo. 15 Kohle hab ich. Boah, das ist vielleicht langsam mal zu laggen, Elina, ne? Ja. Ja, aber die Kohle reicht eigentlich überall. Tatsächlich. Vielleicht noch eine. Was hatten wir gesagt? 5K, ne? Das heißt, wir brauchen eh noch, also ich hab grad mal die Hälfte. Was, hätte ich die nächste? Zwei? Zwei. Ah ja, fünf das nächste. Aber das war so ein Multiplier. Wir sollten uns vielleicht auch relativ früh holen. Dann kriegen wir halt doppelt, dann kriegen wir für jeden Block, den wir abbauen, doppelte Blöcke, weißt du? So, ich hab volle Rüstung für mich. Brustplattehose für dich schon mal. Liegt. Kannst du dir schnappen. So, haben wir noch mehr Eisen? Ja, hier haben wir noch einen. Elina, hier ist nicht genug Platz, ey. Äh, na wohl, mach dich mal schlank hier. Okay, wir fahren mal ein bisschen weiter. Wir gehen ein bisschen mehr Punkte noch machen. So, so. Ja, es ist fett am Boost, wenn man es mal links anguckt. Das ist crazy. Wenn ich 7K mache, dann kann ich mir direkt Multiplier und das nächste Item kaufen. Das wäre, glaub ich, gar nicht doof, taktisch gesehen. Und ich hab ja gleich 7000. So. Nämlich genau. Jetzt dauert er ein bisschen abgeblufft, wartet. Jetzt 7000. Boah. Easy sogar. 7, 4 glatt, Alter. Als ob ich studiiert hätte. Okay, ich geh schon mal in den Shop, Elina, ne? Yeah. Boom. Genau, jetzt waren wir nämlich bei der Decay-Spitzhacke. Sieht irgendwie voll unspektakulär aus, ne? Aus wie so ein Geweih. Wie ein Besen, ja. Und wir können jetzt aber jetzt den 50.000. Ja, hier, ich hab mich schon gewundert. Die kostet nämlich 3000 erst die nächste. Boah, der Double Multiplier ist dumm teuer. Ja, nochmal die Giant Pickaxe noch. So, und zwar neue Spitzhacken, die wir ausprobieren können. So. Ab, zurück. Was kann die Decay-Spitzhacke? Keine Ahnung. Ah. Okay. Es erzeugt so eine Art Erdbeben. Boah, das hält sogar übel lang. Guck mal. Bisschen schleimig hört sich das aber auch an. Ey, das ist jetzt ein bisschen eklig, oder? Ich sag' ehrlich. Und wenn ich jetzt hier nach und nach, dann geht das immer schneller. Das ist crazy. Und jetzt, wenn ich einen Block abbau per Hand, starte ich halt dieses, weißt du, dieses Event. Ja. Bis zum Mittelpunkt der Erde. Bu, 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 bu. Was ist jetzt eigentlich so Erze wegdecayst? Erde? Aber es schneller geht, meinst du? Ach, Erze. Boah, kann ich ganz normal machen. Droppen ganz normal. Aber die decayten Blöcke droppen halt nicht. Das ist einfach nur so, um die Punkte zu boosten, mäßig. Und die boosten krass. Ich hab 7000. Ich krieg auch was dazu, obwohl ich doch nicht mal was mache. Das ist geil, Leute. Das ist ein super Item. Das ist ein ganz stabiles Item, ey. Wenn das in der Erde kombinierst, vielleicht sogar stärker, weil du baust... Nee, du baust relativ leicht. Mach keinen Unterschied. Das ist geil. Das ist stark, Leute. Guck mal, wie viele Blöcke wir abgebaut haben. Das sind halt locker eine Million oder so, ne? Ja. Also das sind ganz, ganz, ganz viel. Okay, wir haben aber noch die Giant-Spitzhacke. Das ist die noch teurere. Die hat elf Schadene. Alter, das ist ja gar nicht. Ich will aber ein neues Loch. Das ist mir hier... Das ist hier Quatsch. Da werden immer noch Blöcke abgebaut. Ich warte gar nichts mehr. Zehntk hab ich gemacht, ne? Oh, das müsste ich eigentlich sogar relativ easy. Ja, ja, ja. Elf Schaden, das scheppert, ey. So, Giant-Spitzhacke. Aber ist von der Größe her normal? Boah. Boah, aber geht, ne? Also ist schon geil. Du hast die falsche Spitzhacke geahnt. Das ist die falsche Spitzhacke. Das ist die alte. Die hab ich ja auch noch. Nein, du hast die Big. Und das ist die Giant. Stimmt schon. Ach so. Ne, das ist quasi wie die Big, aber ein bisschen besser. Aber die ist low, oder? Die Taug... Die Taug... Also ja, ich mein, ja. Du baust eine Menge Blöcke ab. Okay. Und die hat ne... Okay, sie hat halt sehr viel Damage. Du kannst sie halt als Waffe... Du kannst sie halt als Waffe benutzen. Und du kannst alle Ärzte damit abbauen. Das ist natürlich schon geil und so. Ich verstehe, ich verstehe. Aber das muss besser gehen, Leute. Ja. Boah, das war ja crazy grad. Immer dieser berühmte OP-Spitzhackentunnel, den man dann baut, ne? Ah, das wird abgebaut. Ah, hier ist ne Hülle, praktisch. Praktisch. Ah, hier ist ja praktisch sogar. Bisschen Gold schadet nicht, ne? Boah, hier. Oh, hä? Da hab ich ja voll was offengelegt. Wartet mal hier. Lass mal gucken. Boah. Water MLG, Benson. Stark, das schaff ich ja auch. Ist mal ein Versuch wert, die nie da. Aber wenn ich elf Schaden hab, wieso one-shotte ich die da nicht? Ist das normal? Dias! Das sind die Dias. Oh, ey, nicht klar. Einer sogar nur. Ne, doch, das sind zwei gewesen. Da waren zwei auf dem Boden. Hab aber nur einen. Eigentlich hab ich zwei. Belogen. Ja, muss ich Gott sagen. Na gut, bevor wir jetzt hier sinnlos unsere Zeit mit dieser Noob-Spitzhacke verschwenden, gehen wir in den Shop und holen uns die bessere. Den Double-Multiplier können wir uns leider immer noch nicht leisten, Leute. Der ist, ähm, weil ich muss ja mal in einem Metall kurz. Also, das war die erste. Das war die zweite. Das war die dritte. Das war die vierte. Das war die fünfte. Da muss ja alles hier schön... Oh, ich muss das hier mal wegschmeißen, Leute. Wir haben doch hier so einen schönen Shop. Da kann man das doch hier alles mal... Und das sind halt Erze alles. Die behalten wir mal hier oben in der Reihe. Das auch. Leder kann man auch immer gebrauchen. Das auch, das auch. Ein bisschen Erde. Ja, das auch. Und das kann alles weg. So, das sieht auch schon viel besser aus vom Inventar, ja? Wir kaufen uns jetzt für 5000 eine Spinning-Pick-Axe. Das wird halt immer stärker, natürlich, ne? Alter, ihr könnt's sagen, was crazy... Oh, den Ender-Drachenspitz hat. Das... 10.000, 25.000. Okay, müssen wir uns merken. Let's go. Bist du ready, Lina? Die Spinning-Pick-Axe. Wie viel Damage? Gar keins. Okay. Go! Creeper. Hä? Divisier... Oh, pass auf, da kommt ein Creeper. To, rennst du da rein? Geklärt. Ich bin ein Bodyguard. Einfach Human Shield, Alter. So, das sagt... Oh, Dias. Dias, sag ich nicht. Da sind noch mehr Dias. Guck hier. Ja, warte, Lina. Ich bin gerade bei denen hier beschäftigt. Wo? Dias! Oh, ja. Abbauen. Bup. Jetzt haben wir schon 13. Okay. Boom. Aber es droppt halt nicht. Oh! Der kommt noch mal zurück immer so, ne? Ja, so wie Boomerang, bloß halt deutlich verbessert. Oh, crazy. Das stimmt, das ist wie Boomerang in Update. Okay, wir müssen aber, warte mal. Wir müssen bis ganz nach unten. Bedrock-Level. Und dort's... Ah! 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 Aua! Aua! Heidi, da reicht doch. Ach so, Alter, du hast uns gerettet. Es war auch keine Gefahr, da haben wir mal abgesehen. Let's go! Oh, da sind Dias! Oh, da sind richtig viele Dias hier nochmal um die Ecke, so auf Secret-Basis. Ich glaub, du kannst damit auch Bedrock abbauen, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich weiß nicht. Also die Big-Spitz-Hacke kann auf jeden Fall kein Bedrock abbauen. Warum hab ich das grad Double-Time gesagt? Weiß ich nicht. Ich kann auch nur das ganz... Guck mal, hier war doch... Warte. Wirf mal hier so. Und auf die Höhe? Ja. Nee, geht nicht. Ah, okay. Da oben sind Dias. Aber die sind mir zu schwierig zu bekommen. Aber der löscht auch. Ja, der hat leider Dias da nämlich gerade abgebaut. Hab ich... Hab ich nämlich leider gesehen. Boah, ey, guck mal. Da ist ein crazy Vorkopf. Junge, du Asoziale. Meine Dias. Sie gehören alle mir. Ey. Wie viele sind denn das? Wieso wollte er die nicht so... Hä? Warum baust du mit dem TNT-Ding was ab? Aber ich dachte, dass du dann runter willst. So, da ist irgendwas in die Lava geflogen, glaub ich. So, wir haben 26, ey. Da können wir noch ein bisschen was cool roughen. Hast du eine Werkbank? Na, sitz schon. Zack, 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 zack. Boom. Warum hast du so... Ja, weil ich das so richtig im Boden... Hey, wo ist meine Eisenrüstung? War weg. Bin die ganze Zeit noch in die Rüstung gehandelt, Dino. Sagst du mir nichts. Entschuldigung. Egal, das war ich von dir. Das ist auch egal. Und du kriegst nur zwei ab. Ha! So ein Ding nämlich. Warte, ich mach nochmal für dich hier. Bam. Nee, warte. Wir haben dann eh bessere Spitzzeile. Dann krieg mal eh locker die. Halt, warte. Ich kill dich jetzt. Ey, jo. Du killst mich auf keinen Fall, Dina. Okay, dann nicht. Wie viel Schaden hab ich gemacht? Hälfte. Oh. Ja, schmeckt... Ey, wir können den Multiplar jetzt gleich. Ich hab 38.000. Oh, löscht. Können wir dir noch ein paar Dias suchen? Ja, der löscht halt leider auch. Ne tausende Dias, also... Ich mach mich da ran. Ich hol die Diamanten. Was wär... Also, der soll ja alles löschen. Ist ja auch praktisch. Wegen Leck und so. Aber er soll doch zumindest die Diamanten nicht löschen. Das wär doch wenigstens einfach so noch. Wer braucht das schon? Ich mein, man findet auch so viele Diamanten. Okay, aber wir würden ja viel mehr finden. Der hat wieder übel viel gelöscht. Ich hab's genau gesehen. Boah, da ist ein Big Baba Bubu vorkommen. Vielleicht findest du den Dias nur ein. Nee, 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 die seh ich ganz genau, ey. Zwei, drei, vier. Weitere sechs Dias für Elina. Während wir wahrscheinlich 30 gelöscht haben. Ja, ich hab 56.000. Ich würd sagen, wir gehen mal... Na, das rechnet ja nicht so ganz eigentlich fürs nächste Item plus Multiplier, ne? Und der hat wieder welche gelöscht. Guck mal, guck mal. Boah, perfekt. Ey, wenn du gucken mal auf deinem... Zeit, ich hab nur Augen für die Klunkers. Ja, was sind die, ne? Yay, du Assi! Wie viel Schaden macht die bitte? Ich bin Full-Dia gewesen. Junge, ich war auf On-Shot, hä? Oh, da geh ich jetzt halt einen Shop. So. Ähm, Multiplier ist big, definitiv. Oh, ja, ja, ja. Geil, 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 geil. Äh, ja, 10.000 für die Long-Pigaxe. Können wir uns auch leisten? Schmeckt. Ah, es steht da auch mal zwei bei mir im Inventar. Das ist natürlich geil. So, so, die brauchen wir nicht mehr. Beziehungsweise, die brauchen wir schon ein bisschen als Waffe noch, ne? Aber gut. Ähm, als nächstes die Dragon Pigaxe für 25.000. Aber mit dem Double-Multiplier sollte das ja eigentlich gar kein Problem mehr sein, ne? Hallo! So kann die eigentlich auch. Ah, guck mal. Ah, ich hab Reach. Oh! Ja, aber guck mal. Oha. Wie viel Reach hab ich? Oh mein Gott, ich hab über... Ich hab Omega-Reach. Kannst du doch Räume einfach abbauen? Ja, ich kann halt... Ich kann immer noch abbauen. Alter, wie viel? Ich kann da hinten abbauen. Ich kann die Krone von diesem Baum da abbauen. Okay, das jetzt nicht mehr. Okay, ich würd schätzen, das sind 50 Blöcke. Das ist crazy. Locker. Puh. Guck mal, das hab ich nicht. Ich kann's nichts dagegen machen. Du bist in meinem Gefängnis, Elina! Hilfe! Das ist aber geil. Das ist wirklich so... Ah! Ja, sag doch was. Du hast nicht mal voll... Du hast keine Schuhe mehr an, kann das sein? Hä? Ich hatte noch nie Schuhe. Echt jetzt? Ja. Hä, du hast doch... Ich hab dir 10 Dias... Nicht mal, 15 Dias gegeben. Da ist es 13. Übertreib mal. Ja, ich hab noch weitere 4 Stück für dich. Das ist dieses andere Strip, meine Elina. Boah! Yo! Kommst du dir an! Alter! Ist das krass! Ich baue noch ab, ich baue noch ab! Immer noch! Jetzt nicht mehr. Und das droppt die Erze. Ja. Du musst halt stehen bleiben zum abbauen, sonst geht's nicht. Da waren Dias auf jeden Fall. Hä? Du hast meine Spitzhacke gelöscht. Äh, meine... Nicht meine Spitzhacke, sondern mein Dings gelöscht. Dein Boomerang? Äh, nein, meine Bergbank. Achso. Warte, so. Uuuuuh! Ja. Ja, okay, kann doch. Du hast gesagt... Das ist dieses andere Strip, nein. Schnell! Uuuuh! Das war nicht mit Absicht. Das war auch ein bisschen zu schnell. Höh, 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 höh. Da wurde sie einfach ins Void geschickt. Höh, 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 höh. Oh, Mann, ey. So, wie viele Dias hast du denn? Ich hab zehn. Elf. Nee, warte, ich hab dir doch initial 13 gegeben. Wie kannst du denn jetzt nur elf haben? Weil ich welche gekriegt, weil ich mir Rüstung gebrauchtet hab. Achso, das heißt, du brauchst gar nicht mehr so viel, ne? Nee, ich brauch nur noch Schuhe und Hose. Ich mach kurz die 100k voll. Okay, ich komm zu dir. Muck, ich guck mir, als ob ich ne Klatsche hätte. Mann, Elina, du bist so ne Nervensäge. Mit dieser D&D-Schule sage, das ist ja auch was. So, ich geh shoppen. Aus Frust geh ich shoppen. Aus Frust shoppen. Ich geh frust shoppen mit dem geheimen Pickaxe-Store. Ich hab alle meine Kohle grad aus dem Weg geschmissen. Aber egal. So. Ja, brauchen wir ihn nicht mehr. So, wir haben ihn jetzt. Aber wir können jetzt Dick-Shoppy machen. Einmal. Jetzt musste ich auch grad denken, diese Christiane Runde. Schoppy, Schoppy, Schupp, Schupp, Schupp. Ja, dann mussten wir wirklich, glaub ich, ne Milliarde überweisen, damit er das macht. Das ist krankerisch. Ähm, Dragon Pickaxe. Boah, jetzt wird's aber interessant. Guck dir ditte mal an. Hier kommen die interessanten Spitzhacken. Mindcard Pickaxe für ... Ah, mir fehlen drei, fünf, ne? Zwei, fünf sogar nur. Nee. Dad is here unbelievable. Okay, das heißt, ich werd jetzt hier die ... Boah. Oh mein Gott, das hab ich bis hierhin gespürt. Alter, weißt du, wie viele Punkte ich damit einmal mache? Warte, ich sag's dir. Boah, Alter, 150.000 mach ich. Kann ich Wasserbicke dann löschen? Nee, schade. Kann ich spammen? Oh Gott, ich kann sogar spammen. Oh je, Mini. Ich hab eine Million. Das löscht richtig heftig die Welt, Alter. Boah, das ist crazy. Lass mal an der Oberfläche machen. Okay. Müssen wir mal ein bisschen die Range kalkulieren. Also, da wird schwer, glaub ich. Ich will ja das wirklich genau die ... Na gut, ist jetzt schwer halt, ne? Ist Wasser. Warte. Warte, ich bau mich mal ein bisschen nach oben. Und jetzt mach ich so diesen. Okay, das war Quatsch. Warte mal neu. So. Muss genau gerade gucken. Das ist crazy. Boah. Boah, das sieht so cool aus, ne? Boah. Das ist crazy. Alter, ich hab 1,2 mehrere Punkte. So, jetzt sollte die Minecart, äh, die Mine ... Also, das ist mit Abstand die effigste Spitzhacke gewesen. Die war crazy. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall dick shoppen gehen. Jetzt haben wir, weil wir haben ja jetzt wirklich babermäßig, ne? Wie viel? Was steht hier? Minecart-Spitzhacke. Na, ich hab noch Geld übrig. Kolossale Spitzhacke. Boah. Kohn-Spitzhacke. Okay, was wird die wohl machen? Äh? Ich weiß nicht, so ... Ewoker-Spitzhacke. Mehr kann ich mir nicht leisten. Boah. Hä? Gibt's hier noch weitere Dinge, oder ist das ... Angekommen raus, okay. So. Fangen wir ganz vorne an. Die Meinen ... Die sieht schon geil aus. Könnt euch die mal an. Kann ich die einfach jetzt hier platzieren oder was? Boah. Okay, das droppt aber alle Blöcke, leider. Das ist ein potenzieller Lag-Magnet. Mhm. Ah, geil. Okay, wir sind bei der Kolossal ... Okay, die hat eine Rechtskirc-Fähigkeit. Nee, die Dinger, die fallen so runter. Ja, ja, ja. Ich kann irgendwie die Blöcke manipulieren damit. Okay, was soll ich das abbaue? Okay, das bleibt bis jetzt nichts. Ich hab quasi diese Rechtskirc-Fähigkeit, in der ich irgendwie Blöcke umherwirbeln kann. Mhm. Verstehe, ehrlich gesagt, aber nicht ganz den Sinn davon. Außer, dass es cool aussieht. Okay. Kohn-Spitz. Äh! Hast du das gerade gesehen? Nein. Wenn man das macht, ist die Spitzhacke da riesig. Ich hab grad die Spitzhacke riesig gesehen. Hä? Ja, ja, ja. Safe, safe, safe. Die ist so groß, ne? Kohn-Spitzhacke. Oh. Ja, die macht halt so eine Kohn-Form, so eine Waffel-ähnliche Form. Ach, du hast nicht den Sound gehört, oder? Nein. Oh, my God! Da kommen Meme-Sounds. Oh, my God! Oh, okay. Äh, ich hatte gerade einen Flatter-Schiss, aber ein richtig deftigen. Jetzt hatte ich diesen Metal Gear Solid, diesen Alarm-Sound. Ah, ja, ja. Jetzt hatte ich einen Delfin. Nochmal ein Delfin. Ja, das ist so ein Comic-Sound, wenn einer wegrennt. Nochmal ein Delfin. Ich spamm. So muss sich TikTok anfühlen für die 90-Jährigen. Ich hab grad 70-Sound gleichzeitig gehabt. Okay, äh, interessant. Das ist ja cool. Okay, wir sind bei der Ewoga-Spitzhacke. Äh, äh. Giant Ewoker! Das sind die riesigsten Ewoker-Fangs, die ich wirklich je gesehen hab. Ey, eine Lasch-Cave. Jetzt ist sie weg. Das ist schon crazy, Alter. Wie viele Blöcke, die weg schnabulieren, Alter, diese Dinger. Ho! Ey! Ey! Ich bin der Spitzhacken-Meister, das willst du von mir. Geil, geil, geil. Sehr schick. Die Indien hab ich, also. Warte mal, was ist das, wenn ich das mache? Mann, ist gegabt, ey. Warte, ich stell mich mal. Die haben keinen Hunger. Ah, ein bisschen Schaden machen die drei. Warum hast du ein bisschen? Die müssten nicht komplett pulverisieren, die sind riesig. Ah, ich hab kaum Punkte gemacht, ne? Seh ich grad. Ach so. Tunneling-Pick-Aggs. Und dann kommt die letzte für eine Million. Schwarzes Loch-Spitzhacke. Ich hab erst mal die Tunneling-Pick-Aggs. Sieht cool aus. Sieht aus wie so ein Drill. Okay, die kann nichts normales, also nichts Specialmäßiges abbauen. Müssen, glaub ich, rechts klicken. Oh, oh, oh. Jui. Ja, okay. Warte, da ist, glaub ich, ein riesen Tunnel entstand. Oh mein Gott, ja. Mit dem ganzen Wasser hier. Wir müssen mal ein bisschen weiter nach unten, glaub ich, um da was zu sehen. Mal ganz kurz hier Platz machen. Boah. Boah. Yo. Aber das war die, das war die Dragons-Spitzhacke. Jetzt kommt die Tunnel. Tunneling. Müssen wir erst mal auf Bedrock-Level runter. Perfekt. Alter, die hat 25 Damage, sorry. Das war nicht mal ein aufgeladener Schlag. Jo, jetzt war der Dragon-Pick-Aggs das Zeug. Okay, Tunneling. Boah, Standbild. Aber wo? Was ist ja auch nicht? Da stand ich zu nah dran. Also der Worte, ah, jetzt, ja, ja. Boah, wie cool. So richtig Style-mäßig, ne? Ja. Das ist crazy, ey. Aber die Dragon-Pick-Aggs ist doch zum Punkte-Bus mit Abstand am besten, ey. Oh, hab ne Million. Wir können das schwarze Loch kaufen in dir. Ach, ne Million hast du mal eben. Hab ne Million. Boah, das war so still und halblich die Million. Ja, klar, ganz einfach, ne? Wir wollen nachts zum Millionär, ne? Schwarzes Loch. Okay. Hat ein schwarzes Loch da. Ich bin sicher, dass wir hier stehen sollen. Ja, ja, das wird wunderbar, Dina. Das wird eins erklappen. Weiß jetzt nicht. Die hat sich aufgelöst. Ah, oh, oh. Aua. Ich denke, hier muss es irgendwo sein. Ah ja, hier ist es. Es hat Wasser jetzt drüber. Aber ich sehe es auf jeden Fall. Boah. Es wird immer größer. Ja, 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 ich sehe es. Boah, wie groß wird das aber? Ich hätte es mal an der Oberfläche machen sollen. Das frisst die ganze Welt. Ja, deswegen habe ich das auch eigentlich vorgeschlagen. Aber ich... Wir machen noch mal an der Oberfläche. Es beginnt als kleines Loch, aber wird schnell... Oh, Alter, wisst ihr, wie riesig das ist? Man muss halt die ganze Perspektive haben. Oh mein Gott. Ja, wenn es noch größer... Bens PC ist auch gleich weg. Ja, ja, das ist beim PC am Limit hier auf jeden Fall. Das ist crazy. Alter Schwede, ist das riesig. Ist da eine Biene? Oh, oh, die Biene wird gleich verschluckt vom riesigen schwarzen Loch. Okay. Nina, bewegst du dich? Nee. Mach mal. Ja, jetzt. Okay, ja, dann mein PC schafft es nicht mehr, glaube ich, Leute. Na ja. Na, wenn man direkt mittig drüber ist, dann sieht man, dass sich das so noch viel fernst. Ja, es ist riesig. Alter, es geht beide über den ganzen Bildschirm. Das ist jetzt... Alter, es ist so eine optische Täuschung, man sich so bewegt. Holy Moly. Ja, wie das aussieht, jo. Das sieht aus wie so ein... Weiß ich nicht. Dass auch wenn ich so ein schwarzes Bild reingefotoshoppt hätte, ne? Alter Schwede, das ist crazy riesig. Oh Gott, mein PC ist komplett am Acker. Und Leute, ich würde sagen, wir brechen das jetzt lieber an der Stelle ab, bevor es hier alles abschmiert. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao. 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 .